Hallöchen und willkommen zu einer Runde Ironside. Ironside ist ein Ego-Shooter, der mega, mega geil ist. Ich habe die Runde ja schon gespielt. Schaut es euch einfach mal an, das Spiel ist nämlich kostenlos. Kostenlos. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Ladet euch das Spiel einfach mal runter, probiert es aus. Wenn ihr Bock auf einen kostenlosen Ego-Shooter habt, einfach mal was Neues ausprobieren. Hat mir mega Spaß gemacht. Und ganz wichtig, es gibt ein Giveaway. Ihr könnt ein Starter-Paket gewinnen. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Schaut es einfach mal an, überzeugt euch selbst von dem Spiel, indem ihr es euch runterladet. Kostenlos unten in der Beschreibung. Viel Spaß. So, endlich sind wir in-game. Wir haben Secure-Point. Also müssen bestimmt einen Punkt einnehmen. Und jetzt gucken wir mal, ob hier meine Skills on-Point sind. Hier machen wir ja mal eine Granate. Und läuft uns. Und läuft uns. Ha! Ha! Hatten wir doch gedacht. Weiß ich kann die Map nicht mal. E-z! Von hinten, nein! Nein! Ich will nicht den ganzen, ich will nicht den ganzen, ich will die, ach, ich will die MP. Okay, wir probieren mal die MP5 aus. Ich bin gerade mit der AK12 gespielt. Das war nur easy. Nein, der ist low, der ist really low. Okay, ich will jetzt auch nochmal gerne den Sniper ausprobieren gleich. Und gucken, wie das hier so mit dem Quickscote-Motor am C-Tag ist. Ja, easy, haben wir. Easy, so soll das laufen, Leute, so soll das laufen. So, jetzt haben wir den Sniper. Nächste Runde, Seitenwechsel, Rundenwechsel, whatever. Der hat nur einen Hitmarker kassiert. Hab ich ihn? Was? Der lebt noch. Du kannst mir nicht erzählen, dass der noch lebt. Du kannst mir nicht erzählen, dass der noch lebt. Dass er das überlebt hat. Als ob. Nein, never. Bam! Dann habe ich gekriegt. Okay, easy. Nein! Das habe ich zu spät realisiert. Okay, ich habe ständig auf C gedrückt. Damit ändere ich meinen Loadout. Okay, 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 okay. Verständlich, verständlich. Man, wie war ich denn? Moment, der Typ ist doch oben lang gelaufen, oder nicht? Hier mal auf jeden Fall gleich Change Loadout. Ich will kurz nachladen, hoffentlich zu verrecken. Gehe die vierte Party ab. Nein, okay. Okay, also auf dieser Map ist definitiv kein Snipern drin. So, wir nehmen mal wieder die AK. Äh, hätte ich gerne genommen. Danke! Ah, wir haben auch Killstrikes. Klar, ich Idiot. Äh, nicht Killstrikes, Killstrikes. Mann! Weißt du, da spiele ich schon einen Sniper. Und ich Idiot, weiß ich, dass es ein Autosniper ist. Ich habe sie doch selbst gekauft. Ich bobo, Alter. Liegt der sie eisgeid in? Hier ist mich die AK. Ist umschlossen. Ja, umschlossen voll. Ja, umschlossen voll. Guck mal, jetzt haben wir noch einen Launcher dabei. Jetzt, jetzt geht es umschlossen. Können wir den einfach random schießen? Ja. Okay, okay. Ich hätte nicht Snipern sollen. Es tut mir leid. Team, es tut mir leid. Ich hätte nicht Snipern dürfen. Hätte nicht Snipern dürfen. Habe ich wenigstens die Granate geworfen? Bitte. Nein, habe ich nicht. Okay, scheiß drauf. Respawn, wieder hin. Scheiß auf, Kills und Tode. Wichtig ist einfach nur... Loh, ich habe Achtung. Okay. Wichtig sind einfach nur die... Äh... Äh, was kommt da? Hat er da gelaufen? Da kommt ein fucking Roboter, Alter. Da ist ein fucking Roboter, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Zieh dir das Ding nochmal rein. Wie soll ich dagegen ankommen? Will auch so ein Ding haben. Wir haben auch so ein Ding. Als ob, Alter. Wie geil ist das denn? Ja, was soll ich dagegen rum? Ach so... Lol, das war so ein kleines fliegendes Teil. Och, Mann. Ich nehme jetzt wieder hier die MP5. Mit der bin ich jetzt am besten unterwegs gewesen. Da habe ich nur einen Headshot gegeben. Mann, was ist denn los am Verkacki-Stellen? Am Anfang war das so gut und jetzt verkacki-Stellen. Oder was ist denn los hier? Ja, leck mich! Nein, die haben voll aufwischend alle unterlebt noch. Aber finde ich geil, dass die Gegner eine Lebensanzeige haben. Da sieht man noch, wie viel man die gehittet hat. Das finde ich geil. Dann weiß man wenigstens, okay, war knapp. Oder brauche ich nicht rumheulen. Äh, warum lebt der noch? Der hat da gar kein Leben mehr. Dann sieht man, ob man verkackt hat. Oder ob man gut getroffen hat. Und einfach eher nur luck hat, um mit dem letzten HP zu überleben. Und dann fährt ihr aufs Ende. Gibt kein rumgeweine. Ich bin tot. Was? Von wo? Aber dieser Scheiß droht in der Obleck mit dem Arsch. Komm! Okay, die holen wir uns jetzt alle von hinten, die Gegner. Da sind sie einig, ganz gut, ne? Oh, die sind gerade gut, Punkte. Ja, hier haben wir eine Granate neben mir. Wir secure das Ding jetzt hier. Hier kommt leider einer von oben. Hier haben wir eine kleine Drohne, Alter! Jetzt habe ich mich von der Drohne ablenken lassen! Moment. Was? Achso, Leute, ich wurde von der Drohne killed. Okay. Ja, komm, das haben wir. Gehen wir hier und machen nochmal den einen oder anderen Kill. Ja, da standen ein paar Gegner vor mir. Kann passieren. Muss ich mit leben? Nein! Nein! Eins ab! Eins ab! Ich habe zweimal daneben gemessert! Legt mir einen Südkroll, die Heile! Ich habe daneben geschossen. Ich habe daneben geschossen. Ich habe daneben geschossen. Okay, bevor sie sich das Ding noch holen, wobei, warte ich mit meinem Killstruck lieber auf nächste Runde. Ne, komm. Das heißt, ich brauche damit. Und hin da! Easy! Gewinnen das jetzt für uns. Easy! Gewonnen! Nice! Was würden die Team jetzt nur ohne mich machen? Deswegen haben wir auch die zweite Runde verloren, weil ich nicht, ne, on point war. Weil ich mich nicht auf den Zählpunkt konzentriert habe. Das ist immer das Wichtigste in solchen Spielen. Sich auf die Objectives zu konzentrieren. Wuhu! Das war ganz schön klapp, du! Ich hätte lieber weglaufen sollen, als ich bewusst wurde. Da kommt zwei Leute. Jetzt hören die Gegner sich das gerade. Nein, da kommt der von da unten. Da muss ich auch von da kommen die meisten Leute die ganze Zeit. Auch vorhin schon. Wie nur Drones. Ach, das ist schon einer. Okay, man kann nur eins noch zahlen. Aber gleich werde ich mir auch so ein Ding holen, Alter. Dann ist Party angesagt. Von rechts! Kommt da! Warum schützt das denn keiner, Leute? Wir müssen uns auf dem Jack-Tiff holen, Alter. Und die Drohne muss kaputt gehen, weil, äh, ich möchte auch mal. Jetzt wollen wir einmal die Waffe wechseln. Weiß, dann wollen wir einmal die Waffe wechseln. So, jetzt holen die mir. Komm hier. Jetzt hier. Komm zu Papa! Oh yes, bitches! Wohoohoo! Alter, es war geil. Okay, ich bin schnell verreckt, weil ich jetzt richtig offensiv gegabe. Aber in anderen haben wir damit länger gelebt. Aber das war gerade unendlich geil. Das war unendlich geil. Ja, und wenn wir das nicht haben, dann wollen wir sie auch nicht. Das war eine wunderschöne Runde, Leute. Das hat mir super gefallen. Dieses Spiel gefällt mir. Mir gefällt das Gesamtpaket. Und nicht zu vergessen, es ist kostenlos. Es ist kostenlos. Dafür gefällt es mir mega gut. Es ist mega gut geweint. Es funktioniert flüssig. Ich habe keine Fehler gehabt. Ich habe nichts gehabt, was mich abgefuckt hat. Es war... Es lief flüssig. So, wie es sein sollte. Das Handling ist geil. Das Gameplay, das Spielgefühl, das Spielerlebnis ist geil. Es funktioniert. Oh, wir haben ja noch Emotes. Wuhu, warte, come on. Äh, scheiße, das kann ich nicht mehr machen. Schade. So, Leute. Wenn ihr selber zocken wollt. Wie gesagt, der Link ist unten in der Beschreibung. Schaut auch beim Giveaway vorbei. Da könnt ihr nämlich ein Startup-Paket gewinnen. Ich würde mich freuen, wenn ihr da teilnehmt. Unter der Beschreibung findet ihr alle wichtigen Infos. Lasst ein Läufchen da oben da. Wenn es euch gefallen hat, schaut bei meinen anderen Videos vorbei. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Haut rein, Leute. Bis dann.